Kommen Sie, folgen Sie mir! Hey, das ist nur mit mir. Nein? Gut. Lassen Sie den Scheiß! Hey, Hosenstall zu! Wir haben einen wichtigen Besuch! Hey, Arschloch! Siehst du nicht, dass ich meine Tickenabenteuer lesen will? Das ist der Richter, du Vollerost! Ach du Scheiße! Verzeihung, euer Ehren! Bitte, inspitieren Sie die Fähne! Check mal die Lage. Ich kümmere mich hier um den West. Ich gehe ja schon! Meine Güte, entspann dich mal! Ha, als Richter dringend bauen auch Leute um. Ja, wir richten über Leben und Tod. Scheiße, das Teil habe ich natürlich so weit nach hinten geschmissen, dass ich es nicht mehr herkriegen. Oh doch, da! Okay, wenn Sie kein Ärger wollen, sollten Sie das ganz schnell wieder aufheben. Was habe ich denn gemacht? Was ist hier los? Überprüf mal, was da los ist. Na los, wie schon! Kein Problem. Oh, oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Der bleibt da jetzt nicht ernsthaft drin, oder? Okay, du Waschlappen! Hör auf, hier mit Sachen rumzuwerfen! Ich bin von der Polizei! Ich bin von der Polizei! Hey, es ist vermutlich gar nichts, aber ich habe da so ein komisches Geräusch gehört. Ein komisches Geräusch, Mann, das war ein Hammer. Ich glaube, der eine ist schon ziemlich aufmerksam auf mich geworden, aber der geht auch nicht mehr weg. Scheiße. Scheiße, der hat irgendwas gesehen. Was? Ich bin's. Ich muss dir kurz mal was überprüfen. Hauwärm. Dann überprüfe mal was. Wenn du diesen Mann gesehen hast... Schlaf. Mein Hammer. Du kommst mit mir. Du kommst in die Kiste. Zu deinem anderen kleinen Freund. Könnt ihr eine kleine... Könnt ihr eine Runde... Ja, totsexeln. Geht das eigentlich, totsexeln? Und was macht ihr gerne, wenn ihr irgendwie mal richtig aggro draus seid? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Was bringt ihr euch wieder auf Laune? Was bringt ihr euch wieder auf Laune? Geist gemacht. So erledigter Schwein. Ich hab Geist gemacht. Ich bin... Ich bin der Richter. Packt ihn nicht zu grob an, Jungs. Hey, Dumpfbacke. Sheriff Skirky lässt durch. Ja. Okay, also ich hab auf jeden Fall einen mystisch fetten Fehler gemacht. Ich hab mich als Bulle verkleiden sollen. Ich komm da jetzt so schnell nicht mehr weg. Packt ihn nicht zu grob an, Jungs. Hey, Dumpfbacke. Sheriff Skirky lässt grüßen. Boah, Alter. Okay, das reicht. Ich glaube, er hat verstanden. Ich befolge nur Befäge. Hey, schön. Hey. Bis dann. Bitte. Oh. Was? Ich bin beschäftigt. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich bin beschäftigt. Das ist eine Bulle. Und? Was meinst du? Ist er ein Pensionär oder ein Spinner? Der Typ mit dem Alufolienhut? Keine Ahnung, Mann. Ich meine, er hat gegen das Gesetz verstoßen. Aber manche von seinen Theorien sind wirklich einleuchtend. Das ist ganz verrückt für einen Scheiß. Dann kontrolliert sie so, wenn es gar nicht zu werden und wird geschlossen. Äh, naja. Oh, wie sieht der mich da hinten denn? Ja. 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 Ja, genau. Boxt mich noch gleich weg, ihr Assis, Alter. Ja. 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 Ich kenne meine Rechte. Tja. Tja, jetzt kennen sie auch meine Linken. Okay, das reicht. Ich glaube, er hat's verstanden. Oh, nein. Wissens. Oh, nein. Ah, Mann, nein. Seht sie aus in. Ich southicht, erst siehst du für mich, oh yes. Ja, Alter Holger, übrar. Ja, das ist ein Loch. Ja, ich cleared mal nichts für die Haut von denены Butern. 14, klugscheißer. Abzutzen, lass mal kurz. Ihre Waffe gerade aufgestanden. 4, klugscheißer. Toll war das auf keinen Fall jetzt gerade, aber es musste sein. Sonst wäre ich da echt nicht durchgekommen. Ja, nichts hier Todesfahrt, ich denke mal, das kann ich irgendwie noch aufholen. Ich habe den Einsatz hier verendet, ja gut, ich habe wieder 3000 Punkte Vorsprung. Mit Schluss. Erinnerst du dich noch an den Kassetten-Decks? Genau das gleiche. Die Disc ist wie eine Kassette. Du legst sie einfach rein und... Nein, du musst auf die Taste drücken, wo oben steht. Ja, unser Spiel ist noch lange nicht vorbei, liebe Freunde. Boah, nee, wie viele stehen denn da jetzt? Das sind ja so viele. Wie soll ich denn da durchkommen? Komm schon mal an, mach den Teller fertig! Ja, ja, Blutsau, lass ihn unserer berühmte Gastfreundschaft schmecken! Oh mein Gott, das ist verrückt! Ich habe dich noch nie geflüchtet. Bitte, lassen Sie mich hier raus! Hey, das hättest du dir früher überlegt! Gut, oh, hier kommt durchs Gefängnis. Cool. Schloss knacken. Schloss knacken. Ich weiß nicht, ob wir das machen müssen, aber... Baseball-Schläger. Das können wir bestimmt brauchen. Ja, es sind extrem viele Polizisten dort gewesen. Hammer, Hammer, Hammer! Was ist das? Ich weiß noch, als ich so alt war wie du. Gott, ich habe keinen Ahnung von...